Die New England Patriots und Quarterback-Star Tom Brady haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der Super Bowl-Finalist besiegte vor heimischer Kulisse die Kansas City Chiefs knapp 43 zu 40, 24 zu 9, für den 41-jährigen Brady war es zugleich der 200. reguläre Saison Erfolg seiner Karriere. Inklusive der Playoffs weist die Brady's Vita nun 227 Erfolge auf, kein Spieler der NFL-Historie verbuchte mehr Siege. Adam Wiener-Ciary, 226, folgt auf Rang 2, George Blander, 218, ist Dritter. Insgesamt kam der fünffache Super Bowl-Champion gegen Kansas auf 340 Yards sowie zwei Touchdowns, einen per Pass und einen per Lauf. Sein Gegenüber, Jung-Star Patrick Mahomes, kam auf vier Touchdowns und 352 Yards bei der ersten Saison-Niederlage für die Chiefs. Der 23-Jährige verbuchte jedoch auch zwei Interceptions. Rams waren, weiße Wester, die Los Angeles Rams sind nach einem 23.00 Uhr 2013 zu 3 Auswärtserfolg bei den Denver Broncos somit das einzige noch verbleibende ungeschlagene Team in der US-Profiliga. Mit zwei Touchdowns und einem persönlichen Rekord von 208 erlaufenden Yards führte Rams Running Back Todd Gourley die Kalifornier fast im Alleingang zum Sieg. Zusätzlich konnte der 24-Jährige zwei Pässe für 17 Yards fangen. Für die Broncos überzeugte Spielmacher Case Kino mit 322 Yards, zwei Touchdowns und einer Interception. Die Dallas Cowboys feierten mit einem klaren 40 zu 7, 24 zu 0, Erfolg gegen die Jacksonville Jaguars den dritten Heimsieg in Serie. Cowboys Quarterback, der Aka Preskitt verbuchte insgesamt drei Touchdowns im Spiel, zwei Pässe und einen Lauf. Die beiden Touchdown-Pässe wurden jeweils von Cole Beasley gefangen. Cowboys Running Back Ezekiel Elliott steuerte ein 106 Laufjahrts zum Sieg der Texaner bei. Angeführt von Quarterback Russell Wilson konnten sich die Seattle Seahawks im Londoner Wembley-Stadion mit 27 zu 3, 17 zu 0, gegen die Oakland Raiders durchsetzen. Der 29-jährige Wilson erzielte drei Touchdowns und warf für 222 Yards. Dank einer überragenden Verteidigung mit elf Quarterback Sachs bezwangen die Baltimore Ravens die Tennessee Titans mit 21 zu 0, 14 zu 0. Untertitelung des ZDF für funk, 2017